Hallo Leute, weiter geht's mit Lost Islands im Weltkrieg 3. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Affenterror. Wow, das klingt ja schon extrem vielversprechend jetzt. Das krieg ich kaputt, ja. Ich hab keine Eier. Toll. 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 Immer noch. Moment, wenn ich doch stimmt, essen. Ja, gar nicht. Ich dachte, das stimmt nicht mehr zurück. Gut, die kann ich mir holen, aber das Ding am Anfang ist jetzt schon mal weg. Ich will alle aufessen, weil... Ja, genau aus solchen Gründen. Aber jetzt war ich nicht damit gerechnet, aber... Dass sie nicht einfach so nur hier rumstehen, das war mir klar. Dass die noch irgendwas anderes tun. Nichts Beispiel mir gedämpft an den Kopf werfen. Ja. Komm. Kriege ich den da? Oh. Ja, kriege ich. Gut. Und gut. Ich bin vorsichtig. Die könnte meine Aufmerksamkeit so stark auf sich ziehen, dass ich irgendwas Wichtiges übersehe. Der... Boah, der Herr, der werft eine Rakete. Kranke Kacke, ey. Moment, der hat eine Melone, die will ich dann vielleicht haben. Vielleicht. Dann werde ich hier zum Maschinengewehr joschen. Bumm, 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 bumm. Oh, hier rutscht ich anscheinend. Und das war's schon mit der Melone. Toll. Aha. Äh, ja. Und ein Zwischen... Zweiter Ding. Das mag ich doch. Und wo geht's weiter? Ein Stern. Mein Stern. Oh. Dieser... Ah, das ist ein Matsch. Man hört sogar. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... Ja, es klingt, als ob ich aufm Matsch laufen würde. Alles cool gemacht. Pfff. 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 Will nicht ins Wasser. Ich will nicht ins Wasser. Pfff. Pfff. Sehr gut. Pfff. 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 Ich hab Angst vor Wasser. Also, ne, nicht ich, sondern... Joshi hat jetzt eine Angst vor Wasser, das hab ich jetzt einfach so gestummen. Sorry, Joshi, da war ich dir unrecht, aber... Ja. Und hä? Seht euch das an? Da unten rechts? Hüft was rum? Das ist Frosch oder so? Ja, ein Frosch? Der irritiert mich jetzt ganz ein kleines bisschen. Kann der mir wehtun? Kann ich dem wehtun? Offenbar nicht. Gut, dann eben nicht. Gut, dann eben nicht. Gut, dann eben nicht. Du Affe, du mehr... Oh. Fick dich Affe. Verkiss dich. Ah. Boah, dieser Matsch, ey. Es lässt sich nicht gut sich bewegen darauf. Wow, da oben, wow. Gibt sich beinahe nicht geschehen. So, und Yoshi, so, weg damit! Danke! Ich nehm mir hier, schon Eier mit! Eier mit, anstatt die Affen aufzuessen! Ich, ja. Wow! Wow! Der Frosch da! Boah, wenn ich jetzt stockend ab, diesen kleinen Frosch da da einfach vom Oben da nach unten Leck mich. Runtergesprungen ist. Ja, so. Den Satzku beenden. Den hole ich so von der Palme. Reicht auch bitte, danke. Joschi, danke. Hier drin. Eine Blume für uns. Wundertoll, wundertoll. Gut, die habe ich gehört. Frühzeitig schon. Aber gleich springe ich bestimmt in so ein Ding rein. Und dann sage ich, du bemerkst ja gar nichts. Wo? Oh, das war das Lager bei der einen Streich. Ja, irgendwie irritiert mich, wenn Joschi mit Melonkern spuckt. Ich mag es nicht irgendwie. Wo? Ja, sie haben mich bisher noch nie getroffen. Das ist gut. Aber, wo? Gut, 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 gut. Gut, irgendwie treffen die mich nicht. Ich kann das sein. Ich will sie trotzdem weghaben. Ich will sie weghaben. Besonders hier bei solchen Abgründen und so weiter. Ich kann nicht nach oben ballern. Das ist, äh, äh, ja doch nach oben. Ich meine, so diagonal. Was noch vorteilhaft wäre. Aber man kann nicht alles haben. Joschi ist immerhin auch, äh, nur ein, ja, ein Ginosaurier. Ja, aber bisher macht er sich doch ganz gut. Alle Joschis machen sich gut, verdammt. Was? Du kannst auch solche Dinger spucken. Das finde ich dann doch nicht so voll. Und, äh, ihr drei? Oder hat noch mehr? Kann ich euch abschließen? Nein. Was macht ihr? Ja, toll. Toll. Wie ihr dich da durchgekommt, bitte? Mit Timing oder, oder wie funktioniert das jetzt? Das sind alles Dinge, die man mir eigentlich sagen könnte. Also, wo vorteilhaft wären. Ich will die Blume. Danke. Nein. Ich will die Münze. Danke. Oh, das war, das war ein bisschen knapp. Gut, das war sehr gut. So. Nein. Kann ich nicht hier gucken? Was? Was denn? Ich verstehe die nicht. Und da verliere ich auch noch alle Eier, oder was? Egal, weg hier. So. Ja, so diese Appenkette habe ich jetzt irgendwie so auf die Schnelle nicht kapiert. Und kein Bonusspiel, schade. Ja, aber warum war da keine solche kleine weiße Tollbox, die mir sagt? Ey, das sind Affen, die aneinanderhängen und so. Pass auf das und das auch. Und entkomme den wegen dem und dem. Ja, egal. Wir haben sehr geschafft. So, und weiter geht's mit dem roten Yoshi. Das sieht mir nach nem Scheigal mit nem Speer aus. Hm. Na? Lanzen-Lambarda. Oder ja, Lanzen halt, meinetwegen. Äh, was ist das für ein Block? Der sieht seltsam aus. Na, 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 da unten sind sie ja. Hm. Gut, meine erste Frage. Draufstehen darf ich nicht, ist mir klar, aber kann ich sie essen? Nein. Geh. Gut, dann hab ich eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Häp. Wow, das war gut knapp. Da ist mir eine Blume. Die mir auf den Sack geht's jetzt nicht mehr. Wo, wo, wo. Okay, nächste Frage. Kann ich euch abschießen? Ja, kann ich. Nein, ich, ah. Den kann ich jetzt aufwassen. Ach so, nur von hinten, weil die ein Schild haben. Ja, ist, ist logisch. Okay, alles klar. Gut, dann ist das ja kein eigentliches Problem mehr. Bist du? Was? Und mach die weg, hier. Oh, Bums. Tacke. Ja, das hab ich nicht so im Griff, damit schnell sein und so weiter. Sehr dumm. Was bringt mir das hier? Genne. Aber weshalb kann ich diese Plattform hier vergrößern? Ich weiß es nicht. Egal, ich frag nicht nach. Okay, was sag ich hier? Oh, ich hasse ich auch. So. Weggewärmt. Der muss wieder ein Eider rein, Krieger. Irgendwie gekommst. Der kommt, hab ich gesagt. Ja, toll. Hab ich keine, doch, der hat noch. Mann, ja, jetzt hab ich keine mehr. Du musst da weg, unbedingt. Nichts. Danke. Weg ich vielleicht noch ein Ei oder so? Oder ein Gegner, den ich da reinwerfen kann? Nein, wozu auch? Dumm. Da geht's nach oben, hab ich gesehen. Was bringt mir das? Wo, 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 wo. Hepp. Perfekt. Äh, gut. Was ist hier? Komm ich da direkt? Nein, natürlich nicht. Hepp. Und hepp. Äh, ja, ich muss sogar irgendeiner hoch. Das ist, äh, unvorteilhaft. Das, das passt doch nie vom Timing her, oder? Nein. Dumm. Dann hier rein. Nein, auch nicht. Ähm, ja. Wie mache ich das jetzt? Da sind auch keine Eier drin, oder so? So. Hoffen wir, dass das Timing-mäßig funktioniert, dass es nicht tut. Hä, verdammt. Verdammt. Wie soll das gehen? Sag mir's nicht, dass ich hier unbedingt Eier benötige. Bitte nein. Bitte nein. Oder was übersehe ich? Kann ich euch durch den Boden durchessen? Ähm. Gut, dann bin ich jetzt ganz spontan überfragt. Das Timing ist immer Aha, aha. Ich seh's, ich seh's. Einig, ob ich nicht dumm. Eier, bumm. Für, du, du, ich hab immer Angst, dass ich diese kleine Verstand der Plattform nicht treffe. So, nein. Oh, gut. Oh, gut. Komm, hoch da. Wow. Da war ich jetzt gar nicht bis werden evitiert. Das ist auch ganz viele Dinge, die wir achten, die wir spielen. Komm, aufessen. Danke. Was? Hochschießen, oder was? Nee. Komm. Ah, und hier? Ha, geht seine Ach, so, geht die Treppe. Äh, das ist gut, würde ich sagen. Das ist gut. Was klingt hier so dumm? Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Weiß nicht, ob ich das hören, aber egal. Komische Geräusche sind dumm, wenn man nicht weiß, von was sie kommt. Jetzt ist Geräusche da. Ich werde es ja gleich sehen. Nein. Gut. Das Geräusche da. Ihr seid dumm. Blume. Boom. Nein, war klar. Du dummes Kind. Du dummes Kind. du wärst doch nur. Und, na, 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 na. Dich entfernen. Danke. Und weiter. Oh, schon Ende. Und ich hab wieder alle Blumen. Schön. Sehr schön. Komm, Bonospiel. Komm, komm, komm. Yes. Yes. Krieg daten. Kriegt jetzt eigentlich der Guo-Gamen. sjers on-spiel? Oder der Hellblauen. Müsste eigentlich theoretisch der Hellblauen krieg'n, weil er ja jetzt das Baby trägt. der himmellaue joshin 5 Münzen was kann gar nicht sein ja und der Heldler kriegt das Roulette ja er muss ja gar nicht ausprobieren oder was jetzt schon wieder ja er hat die Stoffjahr einmal ein Leben mal Null ja super ja super Röbel toll toll ganz klasse sein wo es dann auch zu zweit spielen um was sagt die Zeit ja nee lohnt sich nicht ins Level reinzuschauen, ne. Leute, es tut mir leid, ich mache heute erst wieder Schluss und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö, tschö.